Viele Unternehmerinnen und Unternehmen wissen, PPC, Pay-Per-Click oder bezahlte Werbung, sei es mit Facebook, Google oder YouTube, ist enorm wichtig. Und die, die es verstanden haben für ihr Business, die haben den Schlüssel für den Erfolg. Die können damit skalieren. Wir haben damit einen Zugang zu ganz vielen Menschen und wenn es uns gelingt, aus einem Franken zwei zu machen, dann haben wir es letztendlich geknackt. Es hält diese Unternehmerinnen und Unternehmer ab, davon, hier Gas zu geben. Es ist die Angst, die Angst, Geld zu verbrennen, es falsch zu machen, nicht die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ja, was soll ich denn überhaupt bewerben? Wie soll ich es bewerben? Und vielleicht sind genau auch Sie in dieser Situation. Vielleicht haben Sie gehört, dass gerade in dieser Krisenzeit die Preise so tief sind, wie Sie schon lange nicht mehr waren. Aber auch wenn Sie möchten, wüssten Sie gar nicht, wo anpacken. Und genau da können wir helfen. Wir als Swiss Made Marketing haben ein Kickstarter-Strategie-Paket zusammengestellt, damit Sie erfolgreich werden mit bezahlter Werbung. Wie können wir das tun? Im allerersten Schritt ist es immer wichtig, damit wir uns, ja, entsprechend auf den Weg machen können, dass wir eine Übersicht haben. Ja, was gibt es denn für Möglichkeiten? Wo kann ich überhaupt werben? Das macht für mein Business Sinn. Und genau deshalb haben wir schon hier in der allerersten Lektion eine Entscheidungsmatrix entwickelt, mit dem Sie anhand von ein paar wenigen Fragen herausfinden können, welche Werbeplattform passt denn jetzt am besten zu mir. Aber damit nicht genug. Es geht natürlich weiter damit. Wir schauen uns die Basis an. Und zwar nennen wir dieses zweite Training die einfachste Werbekampagne aller Zeiten. Damit Sie auf diesen Plattformen wie Facebook, Google oder YouTube werben können, brauchen Sie dort auch eine entsprechende Basis. Als Beispiel, damit Sie bei Facebook eine Werbung schalten können, brauchen Sie eine sogenannte Seite, Facebook-Unternehmensseite. Und wir zeigen, wie man da am schnellsten zu dieser Basis kommt und haben hier eine sehr raffinierte Strategie, wie Sie auch schon nur mit dieser Basis extrem erfolgreich werden können. Weiter geht's mit Aufbau der Werbekampagne. Und zwar zeigen wir nicht nur auf Facebook, Wir zeigen auf, wie man eine Werbekampagne auf Facebook erstellt, wie man eine Werbekampagne bei Google erstellt, aber auch bei YouTube. YouTube gehört Google, also können wir in der genau gleichen Werbeplattform eine Werbekampagne auch für YouTube erstellen. Und jetzt kommt ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ganz viele setzen einfach ihr gesamtes Budget auf ein einziges Thema und wir fahren da in einen anderen Ansatz. Erinnern Sie sich an die Lichterketten, die man früher hatte an Weihnachten. Die waren in Serie geschaltet. Und das Problem war, dass wenn eine Glühbirne defekt war, funktionierte die ganze Lichterkette nicht mehr. Heutzutage haben wir moderne LED-Lichterketten. Und auch wenn da ein LED kaputt geht, funktionieren alle anderen immer noch. Und genau dieses Prinzip empfehlen wir für einen erfolgreichen Aufbau einer Werbekampagne. Wir müssen es so aufbauen, dass wenn ein Stück nicht funktioniert, dass nicht das Ganze zusammen in sich zusammenfällt, sondern dass wir genau ordnen können, akut. Diese Lichter funktionieren perfekt. Die können wir weiterlaufen lassen. Diese sind defekt. Die müssen wir austauschen. Kommen wir zum letzten Teil von diesem Strategiepaket. Für alle die, die schon mal in einem Flugzeug im Cockpit standen, haben sich auch gedacht, wie kann jemals ein Mensch, ein Pilot, all diese tausend Knöpfe im Griff haben? Ein Pilot muss nur drei oder vier Faktoren jeweils immer im Überblick haben, um zu wissen, ob das Flugzeug sicher am Fliegen ist. Und genau dasselbe ist auch für erfolgreiches PPC, erfolgreiches Marketing mit bezahlter Werbung der Fall. Sie müssen nur drei oder vier Faktoren im Überblick haben. Und wenn Sie wissen, dass diese Faktoren im grünen Bereich sind, dann läuft es. Und dann können Sie sich anderen Themen widmen. Hingegen, wenn nur einer dieser drei oder vier Faktoren nicht stimmig ist, dann wissen Sie, oh, das Flugzeug ist im Sinkflug, wir müssen reagieren. Wie das geht und wie Sie das ganz einfach in Ihren Alltag einbauen können, ohne grossen Aufwand, all das verwarten wir in diesem Strategiepaket Erfolg mit PPC. Melden Sie sich an. Ich freue mich riesig darauf, Sie in diesem Paket begleiten zu dürfen. Es ist eine einmalige Chance, mit uns die Reise zu starten. Es ist ein absolut einmaliges Angebot, das wir für Sie zusammengestellt haben. Ich freue mich riesig. Viel Erfolg und wir sehen uns bald.